Hi Leute, heute habe ich mal ausprobiert, welchen Einfluss der Radumfang auf die Geschwindigkeit des E-Bikes hat. Und siehe da, je kleiner der Radumfang ist, desto schneller fährt das Fahrrad. Werden wir jetzt gleich sehen, wenn ich losfahre. Auf der Uhr seht ihr die Geschwindigkeit, die via GPS gemessen wird. Und da sehen wir, das Fahrrad zeigt ganz oben 25,9 an und die Uhr zeigt 25 kmh an. Und unten steht 26,8, die Uhr misst aber nur knapp 23 kmh. Weil der Radumfang halt so groß eingestellt ist. Also stellt den Radumfang nicht zu groß ein, aber ich würde ihn auch nicht zu klein einstellen, weil dann die Kilometer nicht hundertprozentig passen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.